Mein Name ist Jochen Ulmer. Ich bin verantwortlich hier für den Bereich medizinische Komponenten, medizinische Halbzeuge. Seit vor 150 Jahren fertigen wir hier im Raum Pforzheim Produkte aus Metall, aus vielen verschiedenen Werkstoffen. Der Eintritt in die Medizin-Synik kam durch einen speziellen Werkstoff, den wir hier verarbeiten, das Material Nitinol. Dieser Formbedeckniswerkstoff hat heute in der Medizintechnik vor allem im Bereich der Mikrochirurgie einen sehr, sehr hohen Anteil. Dieser Werkstoff ist sehr komplex zu verarbeiten, einerseits von den Eigenschaften her, andererseits aber auch von den erreichten Oberflächengüten, die wir brauchen, damit am Ende des Produktionsprozesses eine sehr gute Oberflächenqualität herauskommt. Und für diese Bearbeitung der Oberfläche setzen wir Anlagen der Firma MONSESI ein, die uns hier die Möglichkeit bieten, diese Oberflächenqualitäten einerseits und die engen Toleranzen, die notwendig sind, andererseits zu erreichen. Die Anforderungen unserer Kunden erhöhen sich ständig. Also es gibt ständig neue Forderungen. Die Oberflächenqualitäten sollen besser werden, die mechanischen Eigenschaften sollen besser werden, in engeren Toleranzen sollen zum Beispiel die Maße eingehalten werden. Und gerade die Maßhaltigkeit und die Oberflächenqualität werden natürlich hauptsächlich durch den Schleifprozess eingestellt. Und mit dem Schleifprozess setzen wir die Anlagen der Firma MONSESI unter anderem ein. Und zwar deswegen, weil sie uns die Art von Präzision ermöglichen, die wir brauchen, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Wir sind im Bereich der Medizintechnik tätig. Und im Bereich der Medizintechnik haben sie sehr hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit der Anlagen, weil die Kunden zeitnah belichert werden wollen. Schnelle Verfügbarkeit heißt, sie muss eigentlich im Dreischichtbetrieb sicher funktionieren. Und deswegen brauchen wir eine sehr enge Anbindung an unsere Lieferanten, was die im Falle von Störungen, im Falle von Teilen, die getauscht werden müssen, von Defekten sehr, sehr schnell reagieren können. Und das ist neben der Anlagenqualität an sich, also der Funktionalität der Anlage und der Präzision der Anlage, eigentlich ein wesentlicher Faktor der Entscheidung. Die Qualität unserer Produkte hängt nicht nur von den Maschinen ab, die wir einsetzen, sondern hängt ganz entscheidend davon ab, wie gut das Team funktioniert, das das Produkt herstellt. Und als Backup natürlich das Team beim Hersteller der Anlage, beim Erbauer der Anlage, in dem Fall der Firma Montsesi, um diese Produktanforderungen, diese Qualitätsanforderungen auch im täglichen Leben oder im täglichen Arbeiten jeden Tag neu zu realisieren. Irgendwann, wenn die drei Schichten voll sind, müssen sie irgendwann mal weitere Anlagen in weitere Anlagen investieren. Das wird auch in den nächsten Jahren passieren. Sodass wir hier natürlich hoffen auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Erbauer Montsesi und hoffen natürlich, dass die Qualität und auch die wachsenden Anforderungen an die Qualität der Produkte, die wir hier machen, in den Anlagen sich auch dann widerspiegeln. Bis zum nächsten Mal.